Hallo zusammen! Ja, heute wird's weihnachtlich, denn wir waren am Wochenende bei einem großen Sonderpostenmarkt in Bremen, der jetzt vorwiegend ganz viele Weihnachtssachen hat und dann auch noch auf dem Weihnachtsmarkt dort. Ja, und ein paar Eindrücke davon, die zeige ich euch jetzt mal in diesem Video. Untertitelung. BR 2018 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 To you and your kid We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year Now bring us some